Ach, hier steht ja noch ein Auto. Hat das jetzt Reifen oder was? Oh, hier ist ein Auto mit Reifen und ich hab jetzt die Windschutzscheiben in das andere Auto eingebaut, ich Idiot. Aber mit dem kann man nicht fahren. Ah, okay, Glück gehabt. Ich wollte schon sagen. Oh! Alter, was ist das denn für ein Bug? Ähm, warst du in der Polizei, äh, hier, was ist das, hier, die Schule, warst du in der Schule schon drin? Mm-mm. Da ist nämlich irgendwas mit der Decke kaputt. Na, jetzt geht's. Take Bandage. Okay. Ja, weil, wenn man hochguckt, es hängt an die Decke in der Fresse. Ich kann halt nicht nach oben gucken, ich kann nur mit dem Gesicht nach unten laufen. Jetzt geht's. Ist nur im Flur so. Boah, tschüss. Was ist hier? Bandit, Bandit Level 1. Ich hab zwei Starnaxe gefunden. Oh, geil. Warte, dann tauschen wir das gleich. Zwei Starnaxe gegen zwei AK-Magazine. Wo bist denn du? Ja, warte mal gerade. Ich bin mal in der, in der Polizeistation. Okay. Wir stehen auf jeden Fall massig Zombies vor. Ich helfe dir gleich. Ich hab sowieso, ich muss ein paar 19 Magazine loswerden. Und ich renne jetzt, ich pace jetzt hier einfach aus der Polizeistation raus, wenn ich kann. Ja. Junge, wie viele tausend Zombies hier einfach stehen. Ich bin gerade noch in der Schule drin. Ich würde dir raten, hier nicht rein zu gehen. Das ist so verbuggt. Hast du gerade geschossen? Nein. Ich hab Schüsse geholt. Oh, fuck. Ist du dir ganz sicher? Ja, ganz sicher. Ich hab nämlich nichts gehört. Ich hab nur gerade den Ultra-Grafik-Bug. Oh, scheiße. Beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ich hab schon wieder Schüsse gehört. Ja, ich hör die ganze Zeit Schüsse. Hier an den Bahngleisen. Bei dem Industriegebiet? Ja, da bin ich gerade. Ja, dann komm ich jetzt da hin. Bei mir sind aber tausend Zombies auf den Fersen. Ich muss jetzt kurz die Zombies irgendwie ablenken, hier, wenn es möglich ist. Besser ist das. Für uns alle. Weißt du nicht, ob das auf dem Gelände ist, wo die ganzen Baracken stehen? Hm. Oder ob das... Ja, hält dich erst mal im Hintergrund, bis ich da bin, damit wir zu zweit angreifen können zur Not. Ich bin hier am Bahnhof. Ja, ich muss mal kurz den Lovepoint gleich auf die Karte setzen, aber ich hab noch einen Zombie hinter mir. Ich bin im Bahnhof drin jetzt. Schick den gerade mal ab. Ich glaube, ich bin am falschen Ende der Stadt, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, die kommen... Die kommen nördlich vom Bahnhof. Ich wüsste. Das heißt, der muss da irgendwo drin sein. Ich muss jetzt mal den Zombie abschütteln, Mann. Meine Fresse. Scheiß Zombie verpisst dich. Der hängt jetzt gerade im Baum fest, zum Glück. Im nächsten Baum gleich. Also wenn ich was mittlerweile gut kann, dann... Ja, von wegen, ich kann das gut. Ich weiß halt gerade überhaupt nicht, wo der Bahnhof ist, was ist das Problem. Ganz im Westen der Stadt. Oh, ich höre auch Schüsse. Ich weiß jetzt nicht. Ja, ja, ich höre Schüsse. Schießt du gerade? Nee, schießt kein Mal. Die kommen bei mir von vorne. Wo bist du? Ich bin an den Bahngleisen hier. Ich gucke jetzt gerade, wo der Bahnhof ist. Direkt vorm Bahnhof. Also ja, geh einfach straight. Ich bin quasi links vom Zug von dem Roten. Moment, ich sehe den Bahnhof noch nicht. Ich muss jetzt mal kurz auf die Map gucken. Aber du bist da an den Schienen. Da muss er entweder südlich oder nördlich gehen. Ja, ich gucke gerade. Ja, ich muss... Boah, 400 Meter. Ich bin jetzt auf jeden Fall rechts vom roten Zug, der direkt am Bahnhof steht. Und vielleicht mich hier mal so ein bisschen an, glaube ich. Meine Zombies sind schon mal losgeworden. Oh. Schüsse kommen immer näher. Ich bin bei diesen Obstplantagen. Jetzt gerade höre ich keine Schüsse mehr. Die sind hier bei mir, bei den Obstplantagen. Lauf mal nordwärts vom Bahnhof. Bei diesen Obstplantagen oben, da bin ich. Da höre ich die Schüsse. Aus dem Wald raus. Ja, ich weiß, die sind nördlich hier. Aber ich muss mal gucken, dass mich hier keiner sieht. Das ist die Frage jetzt, ob das hier in dem Industriegebiet ist oder nördlich davon. Ich laufe gerade drauf zu. Moment. Bist du... Ich bin rechts von den Gleisen, quasi vom Industriegebiet. Warte, ich bin... Ich muss kurz selber herausfinden, wo ich ungefähr bin. Siehst du den Zug schon? Peter. Nein, nein, die Schüsse kommen nicht vom Bahnhof. Nein, nein, ich bin nicht da. Ich bin irgendwo anders. Ich muss gerade selber herausfinden. Sie sind rechts vom Bahnhof. Nordöstlich vom Bahnhof. Ich bin nordöstlich vom Industrie... Ich bin quasi am rechtsunteren Zipfel des Industriegebietes. Aber von da kommen die Schüsse nicht. Die Schüsse kommen hier aus dem... Was ist das hier für ein Gelände? Das ist hier dieses Military Loot. Wo ist das? Siehst du nicht dieses Military Loot mitten im Wald? Ja, stimmt. Da wird es sein. Ja, da müssen wir hin. Komm. Ich laufe rechts. Ich bin schon da. Ich bin links. Ich muss mal kurz einen Pankiller nehmen. Wenn ich noch eins habe. Ja, habe ich noch zum Glück. Jetzt höre ich keine Schüsse mehr. Kann sein, dass das dieses NPC-Dorf ist? Kann sein. Vielleicht kommen deswegen auch hier Schüsse her. 100, 400 Meter entfernt. Ich sehe hier weder einen Zombie noch einen Gegner. Aber hier ist eine Schießanlage. Vielleicht kommen hier simulierte Schüsse her. Was habe ich meine? Ich glaube, ich würde dich nicht darauf vertrauen. Du bist also drauf. Nein, ich bin nicht auf dem Gelände. Ich bin vor dem Gelände. Ich laufe hier quasi. Ich bin da an der Schießanlage jetzt. Da läuft ein Zombie lang. Da ist ein krasser Vorurz gerade. Du ekelte Sau. Ich bin hier quasi an der Schießanlage. Ich sehe dein Nameplate nirgendwo. Bist du auf dem Gelände oder auch? Nein, ich bin links neben dem Gelände, wenn du vom Bahnhof auskommst. Ich habe gerade dein Nameplate, glaube ich, gesehen. Von hier kamen 100 pro die Schüsse. Da hinten steht auch ein Auto. Wo? Bleib mal stehen. Und der hat vier Räder. Der looted das gerade. Okay. Da ist oberste Vorsicht geboten. Da springen drei Zombies rum. Da schießt jemand. Ja, ich werde ihn schießen. Die laufen alle in eine Richtung. Sind da mehrere Leute? Nee, die Zombies. Nee, die Zombies laufen alle in einer von diesen Baracken rein. Der ist in so einer Baracke drin gefangen. Ja, ja. Siehst du die Baracke, in die die reinlaufen? Ich halte jetzt mal den Eingang im Auge, wenn er versucht, da rauszukommen. Ja, ich sehe das. Wenn da jetzt steht, dass jemand stirbt, dann müssen wir den nachher looten. Blöd ist nur, ich komme hier nicht rein in den Schießstand, weil da alles umzäunt ist. Siehst du den? Ich habe den Eingang im Blick, ja. Siehst du das Auto von dem? Ja, nee, das nicht. Der wird nämlich, wenn er rauskommt, zum Auto laufen. Ich glaube kaum, dass er stirbt. Ah, der ist da hinten am Fenster. Ich kann ihn sehen. Kannst du ihn noch treffen? Ich kann es versuchen. Dann läuft er aber auf jeden Fall weg. Ja, Vlad Mord, das ist er. Ich kann versuchen, ihn zu treffen. Soll ich versuchen? Ja, warte mal, ich sehe da ein Loch im Dings. Ich schieße jetzt auf ihn. Nein, warte mal. Da, durchs Fenster. Man kann ihn hier durchs Fenster sehen. Durchs letzte Fenster. Siehst du den? Nee, ich bin, kletter jetzt, ich gehe jetzt, kletter jetzt unten her und dann da oben drauf. Ich kann ihn von nie aus treffen, Alter. Ja, wenn du ihm einen sicheren Headshot geben kannst, dann mach es. Er ist auf jeden Fall umgekippt. Der wird ohnmächtig sein. Schnell rein. Na, ich bin schon unterwegs. Ich komme von links. Ich komme hier nicht rein. Scheiße, ich habe andere Linden ohne Ende. Du musst hinten, wenn du von hinten reingehen willst. Hier kann man durchkriechen, warte. Genau. Ich gehe rechts rum, du gehst links rum, ja? War das das rechteste von beiden, von den dreien, wo man rein konnte, oder das in der Mitte? Das ist in der Mitte, glaube ich. Wow. Schießt du auf dich? Ja, ich bin tot. Ich bin tot. Da ist noch irgendwer gewesen. Das ist ja auch ein NPC-Dorf, du Held. Nee, bei Black Fox wurde ich gekillt. Oh ja, Tatsache. Hier sind mehrere, scheiße. Der läuft jetzt hier rein. Die gehören also zusammen. Ja, pass auf. Pass auf einfach auf meine Leiche auf. Leiche auf. Ich habe diesen Bjorn Fox gekillt. Black Fox hast du gekillt? Ja, diesen Bjorn Fox, oder? Ja, schade. Ja, schade. Ich will jetzt mal gucken, wo ich spawnen will. Wie dumm ich aber auch da hingelaufen bin. Ich dachte, das wäre nur einer gewesen. Da strahlt auf jeden Fall noch jemand. Ja, wenn du den einen da gekillt hast, dann ist der andere immer noch in der Baracke drin. Weißt du? Ja, der kriecht da hinten drin. Der liegt da hinten drin. Der hat die Beine gebrochen und alles. Ja, wo ist der denn da? Ich habe ja noch eine Granate. Ja, schmeiß die da rein. Kannst du die nicht sogar durchs Fenster werfen? Wie krass wäre das denn, wenn du das schaust? Wenn du dich direkt da an die Seite vom Fenster stellst und dann eine Granate reinschmeißt. Die musst du aber halt ganz schnell wegwerfen. Oh fuck, 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 lauf, lauf, lauf. Also ich bin hier noch bei deiner Leiche. Das ist alles noch kein Problem. Der Typ lebt noch und der liegt da hinten drin. Aber der wird die Beine gebrochen haben und sonst nichts zur Verfügung haben. Wo liegt denn deine Leiche, Baut? Die liegt quasi links vom Gebäude müsste die liegen. Also links vorm Gebäude. Das ist ein Eternowsk. Ich muss wieder nach Dielow. Geht nichts. Geht nicht anders. Oder soll ich mir auf das Auto von dem 1 snappen und damit wegfahren? Dann haben wir schon ein Auto. Wenn du das schaffst, dann mach das. Dann kannst du mich da sogar abholen und wir fahren da hin. Ja, klar. Das Auto kann ich mir auf jeden Fall snappen. Ich will das Risiko jetzt nicht eingehen, den zu töten. Weißt du, was ich meine? Ach so, ach krass, wie sehe ich denn jetzt aus? Cool. Ja, weil ich Hero bin, kriege ich halt immer dann noch einen anderen Skin unterscheidend oder so. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt so eine Mütze auf und eine Jeansjacke an. Fahr mal mit dem Auto nach Dielow. Hier kommt ein Hubschrauber angeflogen. Ja, dann schnell, dann schnell, dann schnell. Dann steigt ins Auto ein und hau ab. Ich fahr schon weg. Nice. Vielleicht ist da noch gutes Gear drin. Kann er Glück haben. Also ich chill dann so lange in Dielow, ja? Ja. Für dich finden wir auch ein neues Gewehr, das ist auch kein Problem. Ja, ich finde alles. Ja, du musst halt, ja. Ich habe zumindest schon mal ein Auto. Und ich habe den einen Typen noch gekillt. Aber ich habe trotzdem nur zwei Kills angezeigt. Ich hätte jetzt eine Leiche noch looten können, aber das war mit dem Hubschrauber jetzt ein bisschen zu risky, Alter. Also hast du den anderen noch gekillt? Den einen? Nee, den anderen, der da hinten drin lag, nicht? Nee. Das war, Alter, dann wäre ich da reingegangen und der hat da mal Waffe noch gezogen. Ich habe den nur die Beine gebrochen, weil ich dem einen Hedgehardt gegeben habe, obwohl er schwach sind, weißt du? Wo muss ich hin? Nach Dielow. Ich habe keine Karte, fällt mir gerade auf. Dann chill da einfach. Ich habe mir eine Karte. Ich komme nicht jetzt abholen. Aber das Auto lässt sich voll schwer lenken. Also, Map. Alter. Was geht denn jetzt ab? Dieses scheiß Auto. Kann ich rückwärts fahren?